Rock my soul in the bosom of favor, rock my soul in the bosom of favor, oh rock my soul, so high I can't be on my own solo, I can't be on my own. Bringen Sie sich diese Flasche an. In dieser Flasche befindet sich fadloser Krötensaft aus unserer Hexenküche. Sehen Sie, staunen Sie. Pokus, Pokus, Krötensaft, schnell entfalte deinen Kraft. Lass dich scharfen, lass dich rütteln, lass aus hell zu blau dich schütteln. Prima, gut gelungen. Prima, prima. Selten war Chemie so spannend. Die Alchemistenvorlesung an der Castellus Realschule war sicher ein ganz besonderer Höhe. Zucker, Zucker, hör mir zu. Aus ist zu mit deinem Rattenschwänze, Mäuse trägt zuckersüßes Angelecht. Fliegt das Wasser jetzt hinein, sonst kann es nicht mehr flüssig sein. Zur 14-Jahr-Feier hatte man sich einiges einfallen lassen. Beim Tag der offenen Tür konnte man zudem den Chor lauschen, verschiedene Aspekte des Sportbetriebes von der Zuschauertribüne verfolgen. Redlich kamen Hockeyspieler, Turmer und die Basketballer in Schwitzen. Beim Werken ließ er sich tolle Sachen herstellen, dann kam es schmackhaft. Am schmackhaftesten war aber wohl der französische. Dort gab es nämlich Plus aus. Pokémon Weiterfahren, eine Konzentage höher, den flüstern. Kuchen Sie mich? Kommen Sie mich.